Untertitelung des ZDF, 2020 Zum Beispiel, da hatten wir den Außenbehördenpunkt, die große Klage vor dem Bundesvermessungsgericht der Bauern und Bäuer und Energie gegen die Bundesregierung zur Einweitung der Klimaziele mitgemacht. Einer der klagenden Betriebe war mein Ausbildungsbetrieb. Und das ist das, wofür wir hier haben es dann stehen, dass wir gemeinsam für unsere Betriebe, für das Klima, für die Biodiversität und für die sozialen Fragen unserer Bündnis jedes Jahr weiterentwickeln. Und wer auch in Ihnen verbindet, was zusammengehört, ist meine absolut fantastische Co-Moderatorin Julia Bertal. Sie ist Landwirtin aus dem östlichen Brandenburg, Geschäftsführerin der ABL Nordost und bekannt dafür, dass sie schon immer unangrücklich die sozialen und globalen Fragen in den Regen der deutschen Agrarpolitik wirft. Sie vertritt die bäuerlichen Anliegen, die den Zugang zu Land oder faire Erzeugerpreise hier ebenso vehement, wie sie sich mutig im Kriegsregion schurbelt und mit Bäuerinnen und Bauern Strategien entwickelt, die Nahrungsmittelproduktion auch während der Bombardierung und Kriegsgewein aufrechtzuerhalten. Aber natürlich wäre diese ganze Demo überhaupt nicht möglich, ohne andere euch hier, die ihr jetzt auch wiedergekommen seid, die ihr eure Szenen vorbereitet, die ihr Kanzüme habt, die ihr wachst, die ihr wachst, die ihr wachst, die ihr wachst, die ihr wachst. Untertitelung des ZDF, 2020 des ZDF, 2020 des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020